so da ist einer hinüber ein kreiton gut dann besorge ich die noch mal ein das ist ein angelo und nehme noch mal so ein kreiton oder so ähnlich wo bist du wo bist du sind welche die sich auch so ähnlich aussehen ein kilo wo habe ich den kreiton den manchmal in einer anderen farbe oder sowas wenn es geht nein gibt bei denen nicht warum geht es bei denen nicht keine ahnung die in alterung kriegt er mal und gut den machen wir mal nicht so teuer so der kommt dann auch daraus finden sie auf einer expedition ein kleines oder mittleres was denn pflanzenfresser ok pflanzenfresser den auftrag annehmen was impliziert dass sie das auch wollen richtig ich kann es versuchen so kalemi muss oder hier haben wir noch viel so da noch was hallo ja da bist du da sind es auch acht und hier sind ist auch ja wenn ihr das gedacht guck mal hier können wir auch noch was machen gehege gehe 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 das wäre so genau passt da gut hin das ist toll so einfach mal den weg hier verbinden zack so frau mal dass er gedroben hat so auch es nein wie sieht da das tor auf es könnte nach draußen gehen Hilfe, macht doch einer das Tor wieder zu. Oh Mann, die Tore sind auf, die Tore sind auf. Jetzt kriegen wir das natürlich nicht so schnell hier hin. Ach, das ist doch scheiße, Mann, der war da ganz hinten, ey, und geh wieder rein, ey, nein, mach das nicht, natürlich nicht. Eins, zwei, hier ist auch offen. Ne, 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 nein, natürlich nicht. Sabotage beseitigt. Okay. Ha. Ähm. Da ist er noch, ne, fünf haben wir da noch. Fleißfresser, hier ist aber kein Fleißfresser drin, sehe ich doch gerade. Ne. Und ausgebrochen scheint auch keiner zu sein. Okay. Ähm. Wir brauchen mehr Fleiß, äh, Quatsch. Gib mir erstmal hier das Gehege, warte mal. Ähm. Ähm. Einmal haben die ja was zum Jagen. Und einmal... Kann denn sowas da rauskommen? Genau, hier haben wir auf der Ecke hier die zwei Türme. So. Äh. 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 Okay, dann machen wir hier mal zwei, äh, Fleißfresser hin. Den haben wir aber jetzt ganz schön hochgejubelt da, warte mal. Eine Million kostet der. Den sag ich... Oh, ne. Ich hab doch gerade geguckt, wo denn? Der ist außerhalb. Ich hab doch gerade von oben geguckt. Hä? Ich hab doch gerade von oben geguckt, hier lang. Das Gehege, da war auch gar nicht zu sehen gewesen. Ach, Mann, ey. Okay. Okay, der kommt euch mal da drum. Ähm. Ich hol mir da nochmal einen anderen Fleißfresser raus. Ähm. Das ist das Immun-Ding. Der hat aber vorher erlebt, aber alle 129. Äh. Das geht runter, okay. Ähm. Ja, ja, geht ob sie so runter war. Äh. Äh. Ich würd mal sagen... Null gehen. Nö. Erstmal so. Äh. Äh. Okay. Mach ich das erstmal so. So, wo... Nein. Nein, 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 nein. Wo ist er jetzt? Der andere? Ach, der liegt da unten. Gut. Äh. Dann holt ihr mal ab. So. Und... Bring... Ja. Bringt ihr mal da hin. So. Von mir aus kann man da noch eine Ziege hier hin machen. Die laufen ja doch hier durch die Gegend. So. Hm. Verstehe ich nicht. Warum ist er denn da rausgekommen? Der kann doch nicht einmal mal so rumgegangen sein. Seltsam. Gut. Noch 2,40 aushalten. Produkttransport im Gange. Und was ist denn das andere jetzt da unten? Äh. Fossil eines kleinen oder mittleren Pflanzenfressers. Okay. Aber im Moment habe ich ja hier wieder was zu tun. Warte mal. Das verkaufen wir. 40.000. So. Dann haben wir hier einmal 10.000. 360. 100.000. Okay. 200.000. 360.000. Der muss auch verkauft werden. Oh. Und noch mehr. Äh. 40.000. Es ist Schmerz das zuzugeben. Aber sie leisten gute Arbeit. Ja. Aufgabe abgeflossen. Sie geben wohl wirklich nie auf. Nö. Wir bräuchten mehrere wie sie. 80.000. 360.000. Nochmal 360.000. So. Und weiter geht's. Äh. Dahin. Und dahin. So. Ähm. kann ich dir von dir noch einen Auftrag bekommen. Michaela. Äh. Du siehst es echt so. Naja. Gut. Es gibt einen neuen Job. Äh. Und ich weiß genau wer ihn übernehmen sollte. Ja ich. Denn ich bin der Beste. Nutzen sie diese Gelegenheit. Ja. Was glaubst du denn? Ähm. Hier ist. Nein. Warte mal. Äh. Abwehr Dingens. Sturmwarnung. Ja. 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 Wir drehen uns einmal. Gebäude beschreile ich. Aber ja. ich wollte ihnen sagen wie dankbar ich für alles bin was sie für die wissenschaftsabteilung getan haben ja also gut neuer sauer verfügbar der kann freigelassen werden ok ja abgeschlossen ex vision gute entscheidung diesen auftrag anzunehmen das haben sie bewiesen der nodo 200.000 100.000 100.000 noch mal 360.000 so das war ja jetzt hier ach so das war dann der neue genau der ist jetzt da corno taurus ok dann erforschen wir den mal ich bleibe einmal hier und gehe mal da oben hin so mal sehen was wir da finden genau die fotoräume wir können wieder so gut so ja was kampf wie kampf das ist nicht so gut bestätige aufgabe ok die können sich nicht leiden ja so ok ich würde mal sagen warte mal ist das jetzt auch so sichtbare dinos einer im moment so ja vor schon abgeflossen ok dann würde ich mal sagen wo seid ihr denn ihr könnt euch ja nicht wie das sagen vertragen also wird einer von hier wird einer verkauft so und der wird dann erstmal wieder richtig aufgestellt hier so und da hätten irgendwo ist dann einer weg ja was macht ja außerhalb höchste ich jetzt auch wieder nicht und produkt einzusammeln ähm ok so hier ist ein ankeluft genau und da kommen wir sind kreikton wissenschaft ist nicht bloß experimentieren sondern auch beobachten was ich bei ihnen sehe gefällt mir weiter so produkt wurde transportiert kreikton auch ein kreikton genau gut ähm das ist ein ankeluft gut mehr darf er jetzt auch nicht so unbedingt haben wie sieht es bei dir mit dem auftrag aus ok verwaltung der bedürfnisse so er hier im blau da gibt es als nächstes noch eine bar gut dann nehmen wir mal als nächstes den im blau an wieso es da ist ach so dann lass mal gucken wo ist das da unten da ist ein gelber punkt gut leute dann sage ich bis zum nächsten mal danke dass du dabei warst und dann besuche mich doch auch das nächste mal wieder in meinem park hier in so rettig wird und bis dahin sage ich bye bye